Können wir mal bitte über diesen spektakulären SEK-Einsatz reden, den es gestern Abend in der Nürnberger Südstadt gab und wo sogar Blendenkanaten eingesetzt wurden? Großer Einsatz der Polizei gestern Abend dort vor einem Wohnhaus. Mehrere Streifenwägen rückten gestern Abend vor einem Wohnhaus in Nürnberg an. Der Grund, am Nachmittag hatte es in einer Wohnung eine Auseinandersetzung gegeben. So genau mehr wusste man da jetzt aber auch nicht wirklich. Die Polizei, die fuhr daraufhin alles auf, was es gab. Streifenwägen, Beamte, Rettungsdienst, die ganze Straße überfordert mit Blaulicht. Und? Das Sondereinsatzkommando, kurz SEK, wurde auch zu dieser Einsatzstelle berufen. Aber warum? Durch Ermittlungen vor Ort hat sich ergeben, dass sich möglicherweise noch eine Person in der Wohnung befinden könnte und dass die Person mehrere Waffen bei sich haben könnte. Deshalb das Großaufgebot. Die Betonung linkt hier allerdings auf könnte keinerlei Kontakt zu der Person, die möglicherweise in der Wohnung ist, also bereitete man eine Stürmung der Wohnung vor. Es folgte ein Megaknall, wie hier zu hören. Spezialeinheiten stürmten die Wohnung, aber... Ups, sie fanden nichts. Keine Waffen in der Wohnung, keine Person in der Wohnung. Die Durchsuchungen und Ermittlungen dauerten trotzdem den ganzen Abend an, aber mehr oder weniger ohne Erfolg. Dann führen wir uns danach auf dem Metall ab, damit wir auch hier wystpeln. Daher geht natürlich zur Verfügung.